Hallo meine Lieben, heute werden wir unsere Buchung von einem Mann zu viel. Aber den anderen, glaube ich, der vom anderen das Päckchen bekommt. Wer ist es? Der Gläserpeter. Was? Kann nicht sein, der ist doch im Gefängnis. Im Gefängnis? Lesen Sie keine Zeitung, Chef? Der ist doch ausgebrochen. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Bea macht auf. Es sind Werner Hofinger und Petra Weiser. Petra Weiser sieht, wie Müller mit ernstem Gesicht ein Foto anschaut. Was ist los? fragt sie. Ein bisschen besorgt, denn sie kennt Helmut schon lange und hat ihn noch nie mit so einem ernsten Gesicht gesehen. Der Mann auf dem Foto ist der Gläserpeter. Was? Wer? Petra kann es nicht glauben. Müller, Bea und Petra schauen zu Werner Hofinger. Gläserpeter sucht sie. Er ist ein gefährlicher Mann. Und was soll ich tun? fragt Hofinger. Wegfahren, sagt der Detektiv. Fahren Sie für einige Tage mit Petra weg. Chef, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Man kann Ihnen folgen, auf der Autobahn. Stimmt. Es ist besser, Sie bleiben in Berlin. Alle sind nervös. Nach einigen Minuten sagt Hofinger, so ein Pech. Da komme ich nach Berlin, will Fotos von den Filmfestspielen und den Berlinern machen. Und was passiert? Ich fotografiere einen Gangster. Nur ruhig, sagt Müller. Am besten geht ihr jetzt nach Hause. Bea bestellt euch ein Taxi. Wenn etwas ist, ruf mich an, Petra. Du hast doch meine Nummer. Die selbe wie früher? Nein, sagt Müller etwas traurig. Ich lebe nicht mehr mit Karin zusammen. Wir haben uns getrennt. Ich wohne jetzt in Wilmersdorf, in der Neuen Kantstraße. Meine Nummer ist 224375. 224375, wiederholt Petra und schreibt die Nummer auf. In Ordnung. Wenn es ein Problem gibt, rufen wir dich an. Danke, Helmut. Vielen Dank. Schon gut, schon gut. Petra und Werner nehmen. Niemand ihnen folgt oder sie beobachtet. Schnell gehen sie in das Haus. Petra öffnet den Briefkasten. Nichts. In der Wohnung ist immer noch Chaos. Werner geht ins Wohnzimmer und legt eine Platte von Udo Lindenberg auf. Udo und das Panikorchester. Warum ist das Foto bloß so wichtig für den Gläser, Peter? Keine Ahnung, Petra. Ich habe wirklich keine Ahnung. Am nächsten Morgen um 10 Uhr klingelt es an der Tür. Werner und Petra sind beim Frühstück. Berliner Schrippen mit Butter und Marmelade, dazu Kaffee. Petra steht auf und geht zur Tür. Wer ist da? fragt sie, ohne zu öffnen. Ich bin's, Helmut Müller. Petra öffnet die Tür. Guten Morgen. Hast du schon gefrühstückt? Guten Morgen, ja, danke. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Danke, gern. Helmut Müller setzt sich zu Werner Hofinger an den Tisch. Na, wie geht's heute Morgen? Ach, es geht schon. Sagen Sie mal, haben Sie eine Idee, warum das Foto so wichtig ist für Gläser, Peter? Petra und ich finden keine Lösung. Ich glaube schon, dass ich es weiß. Auf dem Foto nimmt Gläser, Peter ein Päckchen. Ein Mann gibt es ihm. Was ist wohl drin? Vielleicht Heroin? Genau. Und der Mann, der dem Gläser, Peter das Päckchen gibt, ist der Besitzer. Gläser, Peter ist der Verkäufer. Der andere Mann ist aber wichtiger. Er ist der Großhändler. Oh Mann, sagt Werner. Ich will eine Reportage über die Berliner machen. Und was mache ich? Eine Reportage über Heroinhandel. Wir sehen, dass du, wenn du über die Berliner gesprochen hast, sagst du Euro-Schein. Euro-Schein. A dort steht 20 Mark-Schein. Aber jetzt ist das nicht Mark-Schein, sondern Euro-Schein. Am nächsten Tag sind die Verkäufer fertig. На следующий день, увеличение, ну, фотографии, что они хотели сделать. Готово. Hermit Müller hat jetzt auch das Gefühl, er hat die beiden Männer schon ein Mal gesehen. Hermit Müller имеет сейчас также чувство, что он этих обоих мужчин уже видел. Aber er ist sich nicht sicher, но не уверен. B. Kennen Sie diesen Mann hier? fragt er und zeigt auf einen der beiden. B. Знаете ли вы этого мужчину здесь? Спрашивает он и показывает на одного мужчину из двух. Den nicht, Chef. Aber den anderen, glaube ich, der vom anderen das Päckchen bekommt. Ego нет, Chef. Aber den anderen, glaube ich, der von dieser Päckchen bekommt. Wer ist das? Wer ist das? De Glazerpäte. 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 Glazerpäte, это как и стакан, и стекло, и очки, можно назвать. Я не знаю, это кличка Питера этого. Но будем называть его Glazerpäte. Was? Kann nicht sein. Der ist doch im Gefängnis. Что? Не может быть. Он же в тюрьме. Im Gefängnis? Lesen Sie keinen Zeitungschef? Der ist doch ausgebrochen. В тюрьме? Вы не читаете газет, Chef? Он же сбежал. In diesem Moment klingelt es an der Tür. В этот Moment звонят в дверь. Bea macht auf. Bea открывает. Es sind Werner Hoffinger und Petra Weiser. Это Werner Hoffinger и Petra Weiser. Petra Weiser sieht, wie Müller mit ernstem Gesicht ein Foto anschaut. Petra Weiser sieht, wie Müller mit ernstem Gesicht schaut. Petra Weiser смотрит на фотографии. Was ist los? fragt sie. Ein bisschen besorgt. Denn sie kennt Helmut schon lange und hatte noch nie mit so einem ernstem Gesicht gesehen. «Что случилось?» спрашивает она немного обеспокоена. Ведь она знает Helmut уже очень долго и еще ни разу не видела его с таким серьезным лицом. Der Mann auf dem Foto ist der Gläserpäte. Мужчина на фотографии – это Gläserpäte. Was? Wer? Petra kann es nicht glauben. Что? Кто? Petra не может в это поверить. Müller, Bea und Petra schauen zu Werner Hoffinger. Müller, Bea und Petra смотрят на Werner Hoffinger. Gläserpäte sucht sie. Gläserpäte тебя ищet. Er ist ein gefährlicher Mann. Он опасная машина. Und was soll ich tun? fragt Hoffinger. И что мне нужно делать? спрашивает Hoffinger. Wegfahren, sagt der Detektiv. Уезжайте, говорит Detektiv. Fahren Sie für einige Tage mit Petra weg. Уезжайте на несколько дней с Petra. Chef, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Chef, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Почему nicht? Man kann ihnen folgen auf der Autobahn. Ich могут преследовать на Autobahne. Stimmt. Es ist besser, sie bleiben in Berlin. Точно. Werner. Будет лучше, если вы встанетесь в Берлине. Alle sind nervös. Все нервничают. Nach einigen Minuten sagt Hoffinger. So, ein Pech. Но ruhig, sagt Müller. Теперь спокойно, говорит Müller. Am besten geht ihr jetzt nach Hause. Лучше всего вы пойдете сейчас домой. Wer bestellt euch ein Taxi? Wer закажет вам Taxi? Wenn etwas ist, ruft mich an, Petra. Если что-то будет, позвоните мне. Du hast doch meine Nummer. У тебя же есть мой Nummer? Die selbe wie früher? Такой же, как раньше? Nein, sagt Müller etwas traurig. Нет, говорит Müller, немножко печально. Ich lebe nicht mehr mit Karin zusammen. Wir haben uns getrennt. Я живу... Я сейчас... Я больше не живу с Katrin вместе. Мы разошлись. Ich wohne jetzt in Wilmersdorf. In der Neuenkantstraße. Я живу сейчас в Wilmersdorf. На улице Neuenkant. Meine Nummer ist 224-375. Мой Nummer 224-375. 224-375. Wiederhört Petra und schreibt die Nummer auf. 224-375. Повторяет Petra. И записывает номер. In Ordnung. Wenn es ein Problem gibt, rufen wir dich an. В порядке, да? Но записала. Если будут проблемы, мы тебе позвоним. Danke, Helmut. Vielen Dank. Спасибо, Helmut. Большое спасибо. Schön gut. Schön gut. Хорошо. Petra und Werner nehmen ein Taxi. Petra und Werner берут в Taxi. Der Fahrer ist ein junger Student. Woditel – молодой Student. Er verdient sich sein Studium als Taxi-Fahrer. Wie viele andere Studenten? Он зарабатывает себе на учебу, как водитель такси, как многие другие студенты. Es geht nur langsam voran. Die Straßen sind volle Autos. Они продвигаются очень медленно, улицы полны машин. Jetzt gegen 6 Uhr ist es am schlimmsten. Es ist Büro-schluss. Und alle Leute fahren nach Hause. Jetzt sind sie wieder vor dem Haus von Petra. Nakhinez, dann ist sie wieder vor dem Haus von Petra. 18.60 Uhr, sagt der Fahrer. 18.60 Uhr, sagt der Fahrer. Werner gibt ihm einen 20-Mark-Schein. Und jetzt 20 Euro-Schein. Und jetzt 20 Euro-Stimmt so. Без Sдачи. Sдачи не надо. Пойдет так. Sie steigen aus und schauen nach links und rechts. Они выходят из Taxi. Ich смотрят налево и направо. Sie glauben, dass niemand ihnen folgt und dass sie beobachtet. Они думают, что никто за ними не наблюдает, не преследует и не наблюдает. Schnell gehen sie in das Haus. Без тренин идут в дом. Петра öffнет den Briefkasten. Nichts. Петра открывает почтовый Ящик. Ничего. In der Wohnung ist immer noch Haus. Haus. В квартире до сих пор Haus. Werner geht ins Wohnzimmer und legt eine Platte von Uda Lindenberg auf. Udo und das Panikorgfester. Werner идет в гостиную и ставит пластинку от Uda Lindenberg. Ну и вот название песни, наверное, или пластинки. Warum ist das Foto bloß so wichtig für den Gläserpeter? Почему эта фотография так важна для Gläserpeter? Keine Ahnung, Петра. Ich habe wirklich keine Ahnung. Без понятия Петра. У меня действительно нет никакого понятия. Ab nächstem Morgen um 10 Uhr klingelt es an der Tür. На следующее утро в 10 часов звонят в дверь. Werner und Petra sind beim Frühstück. Berliner schlippen mit Butter und Marmelade, dazu Kaffee. Werner и Petra завтракают. Berlinsкие булочки с маслом и вареньем. И к этому еще кофе. Petra steht auf und geht zur Tür. Petra встает и идет к двери. Wer ist da? fragt die Ohna zu öffnen. Кто там? спрашивает она, не открывая. Ich bin Helmut Müller. Это я, Helmut Müller. Petra öffnet die Tür. Petra открывает дверь. Guten Morgen. Доброе утро. Hast du schon gefrühstückt? Ты уже завтракал? Guten Morgen. Ja, danke. Доброе утро. Да, спасибо. Möchtest du eine tasse kaffee? Хотела бы ты чашечку кофе? Danke, gern. Спасибо, с удовольствием. Helmut Müller setzt sich zu Werner Hoffinger an den Tisch. Helmut Müller sadится к Werner Hoffingeru за стол. Na, wie geht es heute Morgen? Ну, как дела сегодня утром? Ach, es geht schon. Ach, пойдет. Zägen Sie mal, haben Sie eine Idee, warum das Foto zu wichtig ist für Gläserpäte? Скажите-ка, у вас есть уже идея, почему эта фотография так важна для Gläserpäte? Petra und ich finden keine Lösung. Petra und ich finden keine Lösung. Ich glaube schon, dass ich es weiß. Я думаю, я уж думаю, что я это знаю. Auf dem Foto nimmt Gläserpäte ein Päckchen. На Foto берет Gläserpäte посылку. Ein Mann gibt es ihm. Möschina дает ее ему. Was ist wohl drin? Что же там внутри? Vielleicht Heroin? Возможно, героin? Genau. Und der Mann, der dem Gläserpäte das Päckchen gibt, ist der Besitzer. Tочно. И мужчина, который Gläserpäte дает пакет, это владелец. Gläserpäte ist der Verkauf. Der andere Mann ist aber wichtig. Es ist der Großhändler. Gläserpäte – продавец. Другой мужчина, однако, важнее, он оптовик, оптовый торговец. Поставщик. Oh Mann, sagt Werner. Ich will eine Räportage über die Berliner machen. Und was mache ich? Eine Räportage über Heroin Händler. Händler. Oh, Господи. Oh Mann, это, типа, говорит Werner. Ich will eine Räportage über die Berliner machen. Und was ich will eine Räportage über die Berliner machen. Ich will eine Räportage über die Berliner machen. Und das ist alles. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Пока-пока.